Fühlst du dich manchmal emotional ausgesaugt, so richtig leer? Und bevor du dich mit deinem Freund oder deiner Freundin getroffen hast, da war das nicht so. Da hattest du irgendwie noch Energie und du merkst, wow, irgendwie ist das immer so? Hm, überleg mal, sind da so ein, zwei Personen, die dir eventuell gar nicht gut tun? Aber das ist einfach Gewohnheit oder, ja, ich komme immer wieder und vielleicht möchtest du gar nicht mehr und irgendwas in dir, das wehrt sich eigentlich schon. Ah, ja, ich möchte heute über Energievampire reden und das letzte Mal habe ich ja schon über Energievampire geredet, aber diesmal möchte ich gerne über fünf Arten von Energievampiren reden. Ja, ich habe die so ein bisschen zusammengefasst, es gibt ja verschiedene Arten oder, ach, allgemein, ich wollte einfach mal meine fünf Vampire zusammenfassen und Arten, denn man sagt ja auch, dass die fünf Menschen, die dich umgeben, dich sehr stark definieren und einiges darüber aussagen, wer du bist und auch, was du so in Zukunft vielleicht machen wirst. Und dann dachte ich mir, oh, fünf passt. In meiner letzten Folge habe ich ja schon etwas über Energievampire geredet und darüber, dass es nicht so eine ganz einseitige Sache ist und dass du da drin ja auch einen großen Anteil hast im Bereich deiner Bewertung. Und hier möchte ich auch nochmal so sagen, gleich am Anfang so, ja, Energievampire sind nicht immer bewusst so, dass sie so sind. Manche haben auch dieses Verhalten sehr unbewusst und wenn man näher drauf guckt, dann sieht man mit Verständnis drauf, aber dann muss man aufpassen, dass man sich nicht eindullen lässt und sich dann hinterher nicht abgrenzt aus Mitleid oder aus Verständnis und dann kommt vielleicht eine soziale Ader durch und dann machst du dich am Ende selber kaputt und ja, im Endeffekt schadest du dann dir und das ist ja total bescheuert in Wirklichkeit und manchmal ist das gerade ziemlich schwer. Ja, und da habe ich ja letztens auch gesagt, ja, manchmal ist das auch so ein kleines Zeichen von innerer Arroganz, jedem helfen zu müssen, wollen, zu wissen, was richtig ist. Vielleicht ist man ja auch selber so, jeder hat ja auch so kleine Anteile und vielleicht hast du auch selber so kleine Energievampiranteile und manchmal erkennt man die aber auch und kann die in seinem Leben auch ändern. Manchmal ist man auch ein paar Jahre mal ein Energievampir und zeigte ein generelles Verhaltensmuster, was für dich schädigend ist und auch für Menschen um dich herum. Und wenn man da rauskommen möchte, dann muss man das natürlich auch dann selber wollen. Und ja, das ist aber eine ganz andere Sache. Wir reden jetzt über fünf Energievampire. Es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene Arten und verschiedene Psychologen und Autoren teilen auch verschiedene Gruppen ein. Und ich dachte mir, oh, was ist denn jetzt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Aber ich finde es immer ganz wichtig, am Anfang zu sagen, dass diese Menschen das nicht immer bewusst machen. Der Letzte macht das bewusst, den ich vorstelle, aber die anderen, die machen das oft sehr unbewusst. Und es ist einfach ein Verhalten, das sie gelernt haben. Und es ist aber keine Entschuldigung dafür. Ja, und es schadet dir. Und deswegen, hör mal in dich. Also oft diese fünf Vampire. Du erkennst es ja oft, wenn du einem Vampir begegnest oder danach, wenn du auch auf deinen Körper hörst. Denn oft, wenn wir diesen Menschen begegnen, jetzt haben wir davor vielleicht Kopfschmerzen aus dem Wunsch, vielleicht die Termine abzusagen. Du, danach ist dir vielleicht schlecht. Du hast Magenschmerzen. Aber du hast vielleicht das Gefühl, während du da bist, oh, ich möchte jetzt mal ganz, ganz schnell weglaufen. Aber ganz schnell. Dein Puls geht vielleicht hoch oder dein Stressempfinden geht so hoch. Also wenn du in dich rein siehst und das wahrnimmst, dann merkst du, oh, dieser Mensch tut mir nicht gut. Aber das machen wir am Ende dieser Folge, was man vielleicht machen könnte, um sich praktisch zu befreien. Oder auch mit einigen Energiewampirern kann man reden, mit einigen nicht, je nachdem. Jetzt gehen wir erst mal auf die verschiedenen Arten ein. Und die erste Art, die ich habe, ist der Pessimist und der Besserwisser. Ja, das Problem an diesem Pessimist und dem Besserwisser ist, wenn du eine Idee hast und du bist sehr motiviert, dann wirst du wahrscheinlich aus diesem Gespräch rauskommen und, oh, deine Idee ist doof. Oh, du bist nicht mehr motiviert. Die ganzen Zweifel und die Welt ist schlecht und deine Idee ist ja auch schlecht, denn irgendwie wird alles schlecht gemacht und gerade Träume werden schlecht gemacht. Und diese Demotivation, vielleicht kannst du die über ein paar Gespräche aushalten, aber wenn du jahrelang mit solchen Menschen befreundet bist, das ist wie Gift, das frisst sich in dich hinein und viele wollen dir auch deine Gefühle aussprechen. Und dann brauchst du hinterher ganz, ganz, ganz viel Kraft, um dir wieder klar zu werden, nein, das sind meine Gefühle, das sind meine berechtigten Gefühle und ich habe auch Recht dazu. Recht haben, ne, Recht dazu. Ja, das ist nicht immer beabsichtigt, ne. Also manche haben praktisch auch ihr eigenes innerliches Gefängnis und dieses Recht haben, das ist auch verdammt anstrengend. Vor allen Dingen, warum muss man denn immer Recht haben? Also es gibt dann immer nur diese eine Wahrheit und andere Blickwinkel werden gar nicht akzeptiert. Oh Mann, jetzt ist hier wieder die Müllabfuhr. Ich glaube, ich muss mal eine Pause machen. Sind aber keine Energiewampire. So, ein Energiewampir würde sich jetzt wahrscheinlich über die Müllabfuhr beschweren, denn, wieso müssen die das jetzt machen? Und die sind immer so laut und die kommen auch immer zu spät und gestern haben die den Müll auch nicht abgeholt und ich muss jetzt mal an so ein paar Menschen denken, die mir in meinem Leben begegnet sind. Ah, die Mülltonnen werden nicht richtig zurückgelegt und früher waren die Mülltonnen besser, ich habe nicht den richtigen Deckel. Also immer irgendetwas. Man beschwert sich irgendwie über alles und alles wird irgendwie schlecht gemacht und das ist verdammt anstrengend. Und diese Besserwisser und Pessimisten werden dir natürlich auch erklären, dass das Müllsystem in Deutschland nicht gut ist und sie wissen es besser. Mein Tipp, nicht diskutieren. Das wird sowieso nirgendwo hinführen. Nirgendwo. Man kann es ansprechen und sagen, dass das irgendwie unangenehm ist. Aber wir kommen da gleich hin. Auf jeden Fall diese Pessimisten, die alles schlecht machen und sich dann aber auch selber dadurch unheimlich viel verbauen. Denn wenn alles Neues schlecht ist, beispielsweise, nehmen wir mal TikTok. TikTok hat viele Seiten. Es kann positiv sein, es kann schlecht sein, es kann Informationen sehr schnell verbreiten, es kann einen erfreuen, es kann natürlich auch sehr negativ sein. Es ist ja jetzt nichts per se Schlechtes oder per se Gutes. Aber ein Pessimist, der wird davon überzeugt sein, dass es Mist ist, dass es nur Kinderkacke ist und vergiss es. Er weiß es besser. Und wenn du allerdings für eine Sache brennst und etwas sehr schön findest, vielleicht auch für Musik und du siehst eine unheimliche Stärke in einer gewissen Musikrichtung, vielleicht auch in einer aktuelleren Musikrichtung, vielleicht im Bereich Hip-Hop und Rap und du unterhältst dich dann mit jemandem, der das alles als Gangstersache abschmirgelt und gar nicht zuhört und diese inneren Sachen sieht und dir auch gar nicht zuhören möchte und sowieso alles schlecht findet, dann wirst du daraus immer nicht sehr bestärkt gehen. Und es ist ein Kampf gegen eine Mauer. Was willst du denn gegen eine Mauer machen? Das bringt gar nichts. Und du hast sowieso Unrecht. Ich finde besser, dass er einen Pessimisten schon echt anstrengt. Vor allem, wenn man immer das Schlechte sieht. Meine Güte. Meine Güte. Also, das ist klare Gehirnwäsche. Ich sehe aber hier von einem allgemeinen, generellen Muster. Es ist jetzt nicht so, huh, mir geht es mal schlecht. Ich habe ein Lebensereignis, was mich einfach echt runterholt und das passiert in Freundschaften, dass man sich gegenseitig bestärkt. Wir reden jetzt von generellen Mustern und Charaktereigenschaften. Das möchte ich hier nochmal ganz dringend vermerken. Als zweites habe ich den Jammerer. Also, da ist auch immer vieles schlecht und der Hilfesucher, Jammerer, aber es ist alles, also wirklich, oh nein, und das und das. Und es geht sehr ins Jammern. Und alle anderen tun mir das an. Und guck mal hier. Und diese extrem starke Opferhaltung, ohne allerdings etwas ändern zu möchten. Also, du gibst dann praktisch Hilfestellungen oder sagst, guck mal, du kannst da und da hingehen oder der und der Arzt ist ganz gut, aber dann kommt so, nein, es hat keinen Sinn. Und das, ja. Da rede ich aber auch nicht von einem kleinen, von einem kleinen temporären Verhalten, sondern allgemein. Also, wenn du dann auf das Leben zurücksiehst, dann sieht man praktisch, also, wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, dass sie tendenziell immer, immer ungerecht behandelt wurden. Also, ihr ganzes Leben und es gibt noch nicht mal einen kleinen Anteil irgendwie. Also, es wird noch nicht mal gesagt, so wie, ich habe zum Beispiel manchmal das Problem, dass ich sehr direkt bin. Und zwischenmenschlich, früher hatte ich da ein bisschen, sage ich mal, mein Filter war manchmal nicht so gut. Und dass manche Sachen so zu formulieren, dass sie ehrlich sind, aber Grenzen behalten, also, so als ein ganz junger Mensch ist das ja manchmal ein bisschen schwierig und so eine direkte Art, dabei auch noch respektvoll zu bleiben, aber ich glaube, das ist einfach eine Sache von Jungsein, dass man da auch vielleicht auch mal ein Recht dazu hat. Da macht man, hat man natürlich auch mal seine Anteile dran, denn man muss auch ein Gefeindgefühl dafür entwickeln, was kann ich wie ansprechen und in welchem Maß und was geht mich was an? Welche Probleme gehen mich vielleicht auch gar nichts an? Das kann ja auch manchmal übergriffig sein, weil eventuell möchte jemand ja auch nur etwas sagen und mit dir reden, aber gar keinen Ratschlag haben. und sowas kann man ja im Vornhinein klären und da kann man ja auch seine Anteile sehen, indem man vorher fragt, wenn man Freunde hat, ja klar, wir reden jetzt darüber, inwieweit, was möchtest du von mir, wenn man sowas klärt und wenn man das nicht kann oder erst lernen muss, man kann sowas, man kann sowas lernen, dann schafft man es dann, auch die Grenzen anderer besser zu bewahren. Also das meine ich halt. Deswegen meine ich auch, manchmal ändern sich ja auch Verhalten und man kann sich auch selber ändern. Ja, aber ich bin jetzt ein bisschen rausgegangen, ich bin jetzt hier nochmal beim Jammerer, was auch in diese Kategorie fällt, ist Jammerers und der Person, der immer nur Schlechtes passiert und die immer nur Opfer ist und die nie einen Eigenanteil sieht. Also nie irgendwie was, man sagt doch manchmal was Doofes und man kann sich doch dann auch entschuldigen. Also niemand ist doch jetzt frei von negativen Gefühlen, aber nein, nie was Falsches gemacht und immer die anderen sind schuld. Diese Menschen kommen auch oft vorbei und die kommen zwischendurch gar nicht, nur wenn sie Hilfe brauchen und dann sollst du helfen, dann bist du verantwortlich und das ist manchmal ganz gut. Also ich bin oft dazu übergegangen, dass ich die Leute weiterleite. Das heißt, du kannst denen ja Adressen geben, du kannst denen Telefonnummern geben, Ärzte, denn du solltest dann offen sagen, dass du nicht helfen kannst. Denn, ja, das kannst du ja nicht. Und wenn du ganz offen fragst, was sie von dir wollen und sie sagen, ja, du hilf mir bitte, mach das und mach das und die wollen das aber eigentlich gar nicht und du siehst das ja auch, dann kannst du das ja dann so äußern. Und das ist manchmal sehr hart. Oft wird man dann solche Menschen dann sehr schnell los. die tun dir dann wahrscheinlich auch tierisch leid, das ist so normal, aber das Problem ist, du kannst nicht jeden retten. Also in der Sozialpädagogik und gerade im Studium wird einem im ersten Semester beigebracht, dass man nur den Menschen helfen kann, die sich auch helfen lassen wollen. Ja, ich denke auch gerade, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch mal gesagt, dass man auch in unserer Sparte immer aufpassen muss, dass man nicht zu einem kleinen Besserwisser oder zu arrogant wird und Leuten helfen möchte, die sich nicht helfen lassen wollen und darin vielleicht dann, ja, kaputt gehen kann. Und man sollte Sachen nicht persönlich nehmen. Es ist sehr wichtig, sich davon abgrenzen zu können und das differenzieren zu können, dass das jetzt nur ein gewisser Anteil von Menschen ist, denen man jetzt auch helfen kann, arbeitsbezogen. Und wenn das nicht funktioniert und die Menschen halt noch nicht bereit sind, sind sie noch nicht bereit, dann ist das einfach so. Und das zu akzeptieren, das ist nicht ganz immer so einfach. Ich finde das allerdings sehr wichtig, denn es ist ja arrogant zu denken, ey, du kannst hier jeden retten, also jetzt ernsthaft. Und wer bist du, dass du jeden retten solltest? Und wenn du nicht auf dich selber achtest und nicht selbst gut zu dir bist, dann kannst du ja auch keine anderen Leute retten, ne? Das ist ja klar. Ja, okay. Dann waren wir jetzt hier beim Jammerer und der dritte. Boah, und die, ich finde ich besonders anstrengend, muss ich sagen. Das sind die absoluten Klatschtanten, die Neider und die Bloßsteller. Die habe ich in eine Gruppe gepackt. Denn was ihnen gemeinsam ist, ist, irgendwie spucken sie Gift aus und sie können dich vergiften. Denn nehmen wir mal an, du bist auf der Arbeit und du hast da eine absolute Klatschtante. Und die ist auch neidisch. Also, und zwar richtig fies neidisch. Ich habe eine Folge über Neid gemacht. Wenn du möchtest, kannst du da mal reinhören. Da gehe ich ein bisschen genauer drauf ein, vor allem, wie man mit seinen eigenen Neidgefühlen umgeht oder auch mit Neidern um sich herum, wie man sich da ein bisschen schützen kann. Aber es ist ja auch mal wichtig, auf sich zu gucken, weil man kann ja nur an sich meist was ändern. Aber diese Neider sind so unzufrieden, sehen andere und das Glück andere, aber nicht das vollkommene Paket. Also, es ist ja nicht immer alles schön bei den anderen. Die sehen nicht, dass da jemand auch gearbeitet hat, leidet oder vielleicht durch den absoluten Schmerz gegangen ist. Nein, die sehen das und die wollen einfach nicht, dass das so ist. Die wollen das vielleicht auch, wollen sich das nicht eingestehen. Und es ist so, es ist Gift. Und wenn dann das Klatschen anfängt und du machst mit, dann sind diese Gedanken und diese Gedankenstränge immer öfters in deinem Kopf. Vielleicht übernehmen wir irgendwann ein Denken und irgendwann denkst du auch so und dann kriegst du auch diese negativen Gefühlsstreifen. Dann siehst du irgendeinen, ich weiß nicht, du siehst einen erfolgreichen, glücklichen Menschen und denkst dir, oh, nee, der kommt bestimmt, der hat das nicht verdient, der kommt bestimmt aus einer guten Familie oder der hat das und das geschenkt bekommen oder was weiß ich. Irgendetwas wird es sein, was irgendwie in deiner Vergangenheit ist wahrscheinlich, was dich noch so triggert, was du nicht bewältigt hast oder was der Neider dir eingequatscht hat. Und das ist unheimlich schlecht für deine Seele. Es begrenzt dich. Und du hast dann unheimlich viel Lebenszeit in deinem Kopf mit Menschen. Wenn du auf Leute neidisch bist oder über Leute klatschst, magst du ja meist auch nicht oder irgendwas wird da ja sein. Du bist dann verdammt oft in deinem Kopf mit Menschen zusammen, begibst dich mit Menschen, die du nicht magst. Oh, was für eine negative Energie. Ja, und diese Klatschbasen, die werden dann natürlich nicht gut über dich reden, wenn du aus dem Raum bist, ne? Und dann, Gott, dieses Gefühl, ja, super, dann bist du mit jemandem befreundet, von dem du weißt. Der würde natürlich sagen, nee, 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 ich rede nicht schlecht über dich, aber von dem du eigentlich weißt, wenn du draußen bist, dann, ja, dann wird richtig fies über dich abgelästert. Und ich finde, manchmal ist es echt fies, denn man weiß ja nicht am Anfang, ob einer wirklich so eine Klatschbasis ist oder so. Und manchmal macht man sich dann den Kopf und denkt so, boah, ich habe den Menschen total falsch eingeschätzt und vielleicht hast du ihm sehr viel Persönliches anvertraut. Und dann bist du vielleicht nur aus Verpflichtung mit dem zusammen, mit der das nicht weiterträgt. Und, oh Gott, das ist ja ein Teufelskreislauf. Also, löst dich davon. Wenn er es weitertragen will, will er es weitertragen. Punkt. Und du kannst es nicht ändern. Du hast es halt anvertraut, hast es falsch eingeschätzt. Und, ja, da musst du jetzt einfach mit leben und gucken, dass du da irgendwie daraus lernst. Ich finde, solche Sachen sind immer hart. Und hat es nicht irgendwie jeder mal im Leben, dass er sich jemandem anvertraut hat und sehr intime Sachen geäußert hat, sich verletzlich gezeigt hat und dann war es ein Mensch, wo du jetzt denkst, oh mein Gott, warum? Aber ganz ehrlich, das sind Sachen, die kannst du nicht ändern. Du hast keinen Einfluss darauf und sich von diesen Ängsten dann zu verabschieden und dann, da musst du ein bisschen an deinem Selbstwert arbeiten. Aber ich denke, das kennt jeder. Das kann dir bei den Menschen schnell passieren. Das vierte, da nenne ich die Leute immer das Hörbuch. Das heißt, das ist jemand, der kommt zu dir, der quatscht sich leer, der fragt dich nicht, wie es ihm geht, der erzählt da seine Story und vielleicht willst du auch mal was sagen, aber du fühlst dich danach so leer, dem geht's supi und ja, dann ist er weg, aber es geht eigentlich nur um ihn. Und ja, tolle Sache, aber ganz ehrlich, bereichernd ist es wirklich nicht. Es ist wirklich der reinste Monolog und dein Hörbuch, es entsteht kein Gespräch. Es wird nicht gefragt, wie es dir geht. Und eigentlich meldet sich das Hörbuch dann, wenn er was hat. Und wenn du mal was erlebst, oder was mitteilen möchtest, dann, ah, nee, keine Zeit. Nee, nein, ach Gott, Wichtiges, Wichtiges, Wichtiges. Du bist nicht das Wichtige. Und als Fünfter, das sind die, die das auf jeden Fall sehr bewusst machen, vor dem man echt aufpassen muss, sind diese Lügner und Manipulatoren. Das sind Menschen, die Menschen bewusst ausnutzen. Das sind Leute, die drängen sich in dein Leben, um etwas von dir zu wollen. Denen geht es nicht um dich. Die wollen etwas von dir. Die wollen deine Kontakte. Die wollen sich über dich bereichern. Die manipulieren dich. Die sagen dir, vielleicht, die haben auch ein bisschen immer manchmal was von diesen anderen Arten, aber die machen das bewusst. Und man spürt das eigentlich. Also wenn du, ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl habe, sollte ich mal drauf hören. Natürlich, sind wir mal ehrlich, man denkt sich dann, ja, ich habe das in meinem Leben gemerkt, aber alle paar Jahre fällt man natürlich wieder mal so ein kleines bisschen hin und wird rückfällig und denkt sich, nein, ach nee, der ist eigentlich, ach, guck mal, der ist nicht so, der ist nicht, nee, eigentlich doch, weil die das auch immer ganz gut vorspielen können. Und ja, da muss man manchmal sich selbst reflektieren und in sich hineinhören. Ja. Und jetzt geht es darum, wie höre ich in mich hinein? Also, wie schütze ich mich davon? Wie erkennst du überhaupt, dass es diese fünf Arten sind? Wie erkennst du diese Vampire? Also, als erstes, du musst achtsamer werden. Also, ich habe angefangen, mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, auf meine Signale in meinem Körper. Wie geht es mir vor dem Treffen? Wie geht es mir nach dem Treffen? Wie geht es mir, wenn ich an diese Person denke? Was macht mein Körper? Und das, das sagt einem schon sehr, sehr, sehr viel. Und dann, es ist wichtig, dass du an deinem Selbstwert arbeitest, ne? Denn man kann dir deinen Selbstwert nur nehmen, wenn du ihn auch hergibst. Elena Rosewell, die meinte mal, niemand kann dir Minderwertigkeitsgefühle aufzwingen, ohne deine Bereitschaft dazu. Ja, und das stimmt ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, denn wenn du an deinem Selbstwert arbeitest und deine Gefühle ernst nimmst und dich selber ernst nimmst, dann kannst du sagen, nee, das, was du mir gerade da ausredest, nein, ich fühle so. Und wenn der andere sagt, nee, du fühlst da falsch und das ist nicht so, dann sagst du, nein, ich fühle das doch gerade so, das ist so. und es hilft manchmal, wenn du diese Energiewampire um dich herum hast und sie dir sehr im Herzen sind und du vielleicht eine Chance siehst, dass das nicht ein absolut generelles Muster ist, mit ihnen einfach offen zu reden und ehrlich, aber ohne deine Erwartung, ohne Erwartung, sag einfach offen, worum es geht und was dich daran belastet. Das ist super. Wahrscheinlich es kann zu keinem Ergebnis führen, es könnte aber auch, wer weiß, wer weiß. Gerade bei langen Freundschaften lohnt sich das manchmal. Und dann aber auch einzusehen, wenn es nirgendwo hinführt. Und wenn es nirgendwo hinführt, da musst du dich abgrenzen. Aber dann musst du auch Konsequenzen ziehen und sagen, dass du dazu stehst, dass du sagst, nee, also wenn du alles schlecht machst oder mir immer das ausredest, meine Gefühle ausredest, das geht nicht. Wenn das häufiger vorkommt, dann können wir keinen Kontakt haben. Und da musst du auch wirklich den Kontakt abbrechen und dich distanzieren. Das ist meist der aller, aller schwierigste Punkt. Gott. Also, ja, diese fünf Menschen, die jetzt nicht so positiv und bestärkend sind, aber wenn du diese fünf Leute um dich herum hast und die dich dann ausmachen, der Durchschnitt von dir dann sind und deinen Gefühlen, wie man so sagt, dann holla die Waldfee. Also, das wäre als erstes, wären das die Pessimisten und Besseres sein. Als zweites haben wir dann nochmal den Jammerer, die Hilfesucher und das Opfer einfach. Das hört sich hart an, sagen wir den Opfertyp. Und dann drittes, die Klatschtante, der Neider und dem Bloßsteller, der dich vor anderen auch einfach niedermacht und einem Selbstwert runterdrücken möchte. Als viertes habe ich euch das Hörbuch vorgestellt. Der scheint am harmlosesten, aber das ist ganz schön viel Lebenszeit, die da weggeht für jemanden, der sich nicht für dich interessiert. Und als fünftens jemanden, der das sehr bewusst macht, den Lügner und den Manipulator. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Bye. Bye.